Human Design. Welche Beschreibungen der Tore und Kanäle sind die richtigen? Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video. Diese Frage kam in ähnlicher Form beim letzten Zoom-Call, den wir in unserer Community hatten. Und ich möchte hier jetzt auch ein eigenes Video, ein kurzes dazu drehen mit ein paar persönlichen Beispielen. Und zwar beginnen wir bei den Toren. Die Tore, die 64 Tore des Human Design entsprechen ja den 64 Hexagrammen des I Chings. Das heißt, das I Ching ist das Buch der Wandlung. Das ist ein altes chinesisches Orakel- und Weisheitsbuch, einer der ältesten klassischen Texte Chinas. Einerseits ein philosophisches Werk, andererseits auch ein Orakel oder ein Handbuch der Weissagung. Und es wird in der traditionellen chinesischen Kultur hochgeschätzt. Und wie gesagt, uralt, klassisch. Und es gibt daher natürlich auch unterschiedlichste Übersetzungen und auch Interpretationen. Also du wirst unterschiedlichste Bücher zum I Ching finden. Jetzt rein aus Sicht vom I Ching hier. Beziehungsweise mein Letztex hat sich intensiv mit I Ching beschäftigt. Das heißt, ich habe allein, glaube ich, noch sieben oder acht Bücher über die Bedeutung der einzelnen Hexagramme im I Ching, wo es auch unterschiedliche Beschreibungen gibt. Das heißt, auch hier jetzt in Bezug auf Human Design gibt es natürlich auch bei den Toren unterschiedlichste Interpretationen, Übersetzungen. Aber im Grunde ähneln sich alle Texte irgendwie. Weil sie basieren eben auf dieser ursprünglichen chinesischen Weisheitslehre und wurden dann eben von unterschiedlichsten Menschen unterschiedlichst übersetzt. Ich habe dir hier das blaue I Ching von 64 Keys, beziehungsweise damals war es noch Penta Design reingestellt. Ich komme dann gleich auf der nächsten Folie noch dazu, warum ich mit diesem Buch arbeite. Und zwar die Frage eben im letzten Zoom-Call, welche Beschreibungen die richtigen sind. Und meine Wahl ist 64 Keys. Allein schon deshalb, weil ich dort die Ausbildung gemacht habe. Das heißt, damals war es noch nicht 64 Keys, damals war es noch Penta Design und es war real und vor Ort in der Nähe von Wien. Das heißt, ich habe wirklich die Ausbildung noch gemeinsam mit anderen Menschen real offline gemacht. Und weil mir deren Aussagen besser gefallen haben, als die vom klassischen Human Design System. Für mich ist klassisches Human Design System eher so high zugeordnet. Jetzt, wenn wir von den Variablen ausgehen, also eher dieses Starre und diese Regeln und Richtlinien. Also eher das, was jetzt auch zum Kreuz der Planung passt, wie es jetzt noch wirkt. Und 64 Keys ist dann eher schon so in Richtung nach 2027 eben dann dieses Individuelle und das Lockerere und eher so Richtung Alf gehend von den Variablen her betrachtet. Ich habe es in früheren Videos schon immer wieder mal gesagt, ich habe mit klassischem Human Design System begonnen und es war mir wirklich zu starr und zu geregelt und du musst und das und das und wenn das ist, musst du das machen. Und durch mein Profil 4.6 bin ich da eher ein bisschen ein Freigeist, der meinte auch immer wieder, also ich habe dann auch gesagt, das passt für mich nicht. Und es kam dann von den Lehrern, die ich damals hatte immer, aber das ist so und das hat rar gesagt und das ist so und damit musst du leben. Und das war für mich einfach zu starr und darum habe ich dann als Penta Design eben mit Ausbildungen begonnen, habe ich dann in der zweiten Runde, also schon ziemlich am Beginn, als sie Ausbildungen anboten, habe ich dann die Ausbildung bei ihnen gemacht und wir haben auch die Aussagen besser gefallen als die vom klassischen Human Design System. Und von daher eben, wenn ich Bezeichnungen aus dem klassischen Human Design System möchte, habe ich dir hier jetzt drei Seiten auch reingestellt und zwar da gibt es das Human Design System CC, das ist die Seite von David Petters und ihn habe ich schätzen gelernt als mein Analytiker damals, also ich habe die Ausbildung begonnen, habe aber gleichzeitig auch zwei Readings bei ihm mir machen lassen und er war jetzt nicht dieser Starre, dieser Starre und das musste so und hin und her und überhaupt. Das heißt, er ist wirklich auf mich eingegangen, auf meine Veranlagung eingegangen und hat mir viele Dinge relativiert, was ich in der Ausbildung selbst als zu starr und zu unflexibel erachtet habe. Also er ist jetzt zwar klassisches Human Design System, hat damals noch nicht unterrichtet, vielleicht hätte ich sonst sogar weitergemacht beim klassischen Human Design System, aber damals hat er nur jetzt unter Anführungszeichen Analyse gemacht. Heutzutage ist er auch selbst in den Trainings mit dabei von der österreichischen Human Design Gesellschaft und das ist eben eine Seite, wo ich schon immer reingeschaut habe, noch bevor ich wirklich begonnen habe, weil ich ihn eben damals zu meinem Analytiker ausgewählt habe. Er war mir am sympathischsten und ich muss sagen, ich habe mich nicht geirrt in der Wahl dessen, der mir jetzt da die ersten Schritte mit Human Design näher bringt. Und dann gibt es noch zwei Seiten im Internet, die du in vorigen Videos schon fallweise gesehen hast und zwar ist das mondsteinsee.de und spiritwissen.de. Das heißt, das sind zwei Seiten, wo auch die Tore und die Kanäle und die Zentren und alles ausführlich, mehr oder weniger ausführlich beschrieben sind und wo ich dann gern auch reinschaue, um jetzt eben nicht nur mit 64 Keys Bezeichnungen zu arbeiten oder die weiterzugeben, sondern eben auch Bezeichnungen aus dem klassischen Human Design System mit reinzunehmen, weil für mich das einfach zusammenpasst und in sich dann in Summe stimmig ist. Ich habe dir drei Beispiele mitgebracht und zwar meine Kanäle und das ist auch meine Empfehlung für alle, die mit Human Design anfangen und dann sagen, okay, ich muss jetzt die ganzen Tore und die ganzen Kanäle auswendig lernen, würde ich nicht. Also ich für mich habe so gemacht, dass ich gesagt habe, okay, ich schaue mir zuerst meine Kanäle an, eben auch auf unterschiedliche, mit unterschiedlichen Bezeichnungen, was ist gleich, was ist anders in den jeweiligen Aussagen und dann eben hergegangen bin und mir die zusätzlichen Tore, die ich definiert habe, angeschaut habe und dann Familie, Freunde, wo ich gesagt habe, okay, ich weiß, wie dieser Mensch ist und ich schaue mir jetzt dessen Kanäle an, ich schaue mir dessen oder deren Tore an, um einen Eindruck von den jeweiligen Qualitäten zu bekommen. Also ich würde jetzt nicht Tor 1 auswendig lernen, dann Tor 2 auswendig lernen, sondern wirklich anhand von persönlichen Beispielen von Menschen, die du auch wirklich kennst, dir das anschauen. Das heißt, bei mir gibt es eben, ich habe drei Kanäle, definiert daher auch drei Beispiele. Der Kanal 731 nennt sich in 64 Keys Führung, Leitung als wirkungsvoller Ausdruck einer strategischen Richtung und Rolle. Auf der Seite von David Petters, also dieses Human Design System.cc ist er bezeichnet als das Alpha-Tier oder das Leit-Tier. Im Guten wie im Schlechten das Design der Führungspersönlichkeit. Bei Monsternsee heißt es Leader-Alpha-Tier-Anführer. Du merkst schon, es ist alles irgendwie ähnlich. Das heißt Respekt, dein flößende Alpha-Tier-Aura und Führung durch gute Strategien und Disziplin. Bei Spirit-Wissen hast du Führerschaft, erkennt Trends und Muster, entwickelt Strategien, kann Menschen führen. Das heißt, was hier jetzt ist, ist eben dieses Alpha-Tier oder Leit-Tier, wobei Monsternsee das etwas abschwächt in Alpha-Tier-Aura. Das heißt, es ist jetzt nicht so, dass Menschen mit dem Kanal 731 unbedingt jetzt irgendwo die Führung übernehmen müssen oder wollen und auch nicht unbedingt das Alpha-Tier sein müssen, sondern eben, dass wir eine gewisse Ausstrahlung haben, wo andere sich gern in unsere Obhut begeben, sich von uns auch irgendwo hinführen lassen. Und was auch jetzt diese beiden Seiten Monsternsee und Spirit-Wissen sagen, ist gute Strategien und Disziplin. Wobei Disziplin ist jetzt nicht mein Thema, also sage ich gleich dazu. In gewisser Weise schon, aber jetzt nicht grundsätzlich und generell. Aber Strategien entwickeln ist schon etwas, wo ich sage, das kann ich mir schon als Option und als etwas, was ich wirklich als Stärke empfinde bei mir, behaupten und eben auch Trends und Muster erkennen. Wobei bei mir da eben noch der Profil 4-6 dazukommt, eben die 6, die Linie 6 eben als den Überblick und aus der Metaposition hinschauen. Wobei ich nie irgendeine Führungsposition angestrebt hatte, Zeit meines Lebens, sondern erst dann die letzten vier Jahre in meinen unselbstständigen Jobs, bevor ich in Pension ging, hatte ich dann eine Art Führungsposition, eine Führerschaft, eben die Koordination unseres Standortes von unserer Maßnahme im Jugendbereich, wo ich damals tätig war und da dann aber jetzt nicht den Boss rausgekehrt habe, sondern eher auf kollegialer Ebene. Aber schon vorgegeben habe, so die grundlegenden Strategien, wie wir das Ganze umsetzen. Und auch vor, es war ziemlich genau vor zehn Jahren, wenn ich so drüber nachdenke, wurde ich gebeten, den Support von einer Online-Plattform zu übernehmen. So mit der Option, okay, wenn du in den nächsten drei Monaten da jetzt irgendetwas reinbekommst, was eine Struktur hat, eine Strategie entwickelst, würde ich mich freuen. Und eine Woche später hatten wir uns dann real getroffen. Und das war dann so, ich kannte den Mann nicht persönlich, aber er hat mich gesehen, er hat mich umarmt und hat gesagt, das, was du diese Woche auf die Beine gestellt hast, habe ich mir bis Weihnachten erwartet. Das heißt, ich habe mich hingesetzt, habe mir überlegt, was will ich, wie will ich es und dann eben umgesetzt. Also nicht stundenlang jetzt Konzepte entwickelt, das wäre ein anderer Kanal, aber eben eine Strategie entwickelt, dann ausprobiert, funktioniert es, funktioniert es nicht. Wenn es nicht funktioniert, etwas abgeändert und, und, und. Das heißt, das ist aber die Qualität vom Kanal 731. Und du sahst auch in der 64 Keys Beschreibung eben dieser wirkungsvolle Ausdruck einer strategischen Richtung und Rolle. Also wirklich so das umzusetzen, was jetzt für das Projekt, für das Team, für die Firma wirklich optimal und richtig ist und wichtig ist. Dann habe ich den Kanal 5342 definiert, da sagt 64 Keys, Reifung, Bereitschaft und Energie für Wachstum durch zyklische Weiterentwicklung. David Petters sagt, Reifung, ein Design ausgewohlener Entwicklung zyklisch. Mondsternsee bezeichnet es als Reifung und Zyklen. Mit den Energien von Anfängen und Wachstum aus Zor 53 und 42 dreht sich in diesem Kanal alles um Zyklen. Und Spiritwissen sagt, Gefühl für Zyklen. Neues Beginnen, Begonnenes vorantreiben, Dinge abschließen. Hier hast du eben diesen Kanal der zyklischen Entwicklung. Das heißt, ich entwickle mich oder alle anderen Menschen mit diesem Kanal, die diesen Kanal definiert haben, entwickeln sich in einer zyklischen Schleife. Das heißt, es kommen Themen immer wieder in unserem Leben vor, aber jeweils mit einer anderen Nuance, mit einer anderen Frequenz. Wobei es muss jetzt nicht immer eine höhere Frequenz sein, eine höhere Schwingung sein. Es kommt auf die grundsätzliche Lebenseinstellung drauf an. Das heißt, es kann auch eine Negativspirale sein, wenn jemand eben in der Negativität verhaftet ist. Und wenn wir uns für eine positive Lebensqualität entscheiden, dann werden die Zyklen, wo das Thema wieder auf uns zukommt, dann immer höher schwingender. Das heißt, wir können immer mehr lernen und immer uns mehr entwickeln. Und es ist eben dieses Zyklische. Und für mich ist es auch ganz spannend gewesen, als ich die Scanner-Persönlichkeiten kennenlernte, weil da gibt es eben zyklische Scanner und Sequenz-Scanner. Und für mich war sofort klar, wenn, dann bin ich Teller-Jongleur. Und das ist auch ein zyklischer Scanner-Typ, weil eben wir bestimmte Themen haben, mit denen wir uns immer wieder beschäftigen. Und das entspricht in meinem Fall eben auch genau dieser Definition, diesem Kanal, dass ich immer wieder dieselben Themen durchkauen darf, aber in jeweils anderer Ausführung und in jeweils anderer Qualität. Und ich merke es auch immer schneller und so, okay, das ist jetzt wieder das Thema, okay, wie schauen wir diesmal hin? Aber es geht immer um Reifung und um Weiterentwicklung und das Ganze eben in gewissen Zyklen. Und mein dritter Kanal ist mein Liebling. Das ist der Kanal 4426, den ich ja fast 60 Jahre lang unterdrückt habe, aufgrund meines offenen Emotionalzentrums, weil dort die Harmoniesucht herrscht. Und dieser Kanal 4426 ist jetzt nicht unbedingt ein sehr harmonischer Kanal. Da schauen wir uns mal an. Sixty Fakies sagt Einfluss. Einfluss auf die Gemeinschaft durch passende Zusammenarbeit und geschickte Taktik. Heißt auch Kanal der Übermittlung. Das heißt auch bei David Petters haben wir Hingebung und ein Design der Übermittler. Mondsteinsee sagt Vermittlung, Marketing, Unternehmen. Dieser Kanal beinhaltet die Energie in einer besonders ausgeprägten Überredungskunst sowie von Kommunikations- und Anpassungsfähigkeit. Dazu verweise ich auch auf meinen Blogbeitrag von wegen vom Mauerblümchen, das bei Referaten gestorben ist, hin zu jemandem, der hier jetzt sitzt und Videos dreht en masse und Blogbeiträge schreibt und Calls macht, was auch immer. Das heißt, dass ich auch etwas, wir können, wir können. Die Frage ist, was wir davon leben und ob es unseren Werten entspricht. Ich noch Spiritwissen dazu, auch Spiritwissen sagt Vermittler, kann sich an die Zielgruppe anpassen, streitschlichten Menschen gut einschätzen. Ich habe den Kanal auch kennengelernt als den Verkäuferkanal, als den Manipulationskanal. Das heißt, man sagt, Menschen mit diesem Kanal, wenn der definiert ist, können sogar Eskimos Kühlschränke verkaufen. Ja, könnten wir, wenn wir wollten. Also ich muss das relativieren. Wir können es, wenn uns etwas wichtig ist, können wir auch unsere Ausdrucksweise und alles so anpassen, wie es eben der Zielgruppe entspricht. Wir können manipulieren, wir können andere überreden. Aber was immer auch wichtig ist, was ich gemerkt habe, ich kenne viele Menschen mit diesem Kanal, es muss auch immer unseren Werten entsprechen, was wir da von uns geben, sonst können wir es nicht. Also da gibt es eine Sperre von wegen, bei denen, die ich kenne. Es gibt sicher viele Menschen, die den Kanal schamlos ausnutzen. Also die, die ich kenne, haben immer das große Thema, dass sie sagen, ich bin jetzt nicht der geborene Verkäufer. Und wenn wir dann genauer darauf hinschauen, dann kommt immer zu Tage eben, okay, das und das und jenes, zum Beispiel Eskimos Kühlschränke verkaufen, würde meinen Werten widersprechen, also mache ich es nicht. Aber wenn uns etwas wirklich am Herzen liegt, wenn uns etwas wirklich wichtig ist, dann können wir das so übermitteln, eben durch auch geschickte Taktik, durch manipulative Dinge, durch Marketing, dieser Zielgruppe wirklich uns anzupassen und eben den Menschen das so beibringen, dass sie das dann auch wirklich wollen, was uns am Herzen liegt. Wie gesagt, nochmals, wenn es unseren Werten entspricht. Das waren jetzt nur drei Beispiele aus meinem persönlichen Leben, aus meiner persönlichen Praxis. Das heißt, ich würde dir empfehlen, wenn du noch am Anfang von Human Design stehst, dann beschäftige dich bitte wirklich zuerst einmal mit dir und da beginne jetzt in Bezug auf, welche Beschreibungen passen jetzt eben mit deinen Veranlagungen, mit deinen Kanälen. Ich würde mit deinen Kanälen anfangen, die Kanäle mal auf unterschiedlichen Seiten anschauen, wie sind sie beschrieben und dann jetzt nicht, ja, das gefällt mir, so möchte ich gern sein, sondern wirklich hinschauen und sagen, okay, was entspricht mir, was entspricht meiner Natur, was passt am ehesten zu mir. Wie gesagt, für mich ist es 64 Keys, die Bezeichnungen von 64 Keys mit den Zusätzen eben von diesen anderen drei Seiten, um auch dieses klassische Human Design System, diese Beschreibungen mit reinzubekommen. Das war es auch schon für heute. Vielen Dank fürs Dabeisein. Ich freue mich über einen Kommentar, über einen Daumen hoch, wenn es dir gefallen hat und wenn dir überhaupt meine Inhalte gefallen, dann abonniere doch auch den Kanal, schalt die Glocke ein, dann wirst du informiert, wenn neue Videos in Bezug auf Human Design hochgeladen werden und ich bedanke mich herzlichst, deine Christina. Ciao, Baba, bis demnächst. Ciao, Baba, bis demnächst.